So Lisa, nennen wir mal bitte drei Gründe, warum der Bruxan Heiratsmarkt so toll ist. Also zum einen ist die Stimmung halt einfach einzigartig und zum anderen sieht man hier all seine Freunde wieder, die man schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat und das Essen ist total lecker und es gibt total verschiedene Angebote und ja, also ich finde den Bruxan Markt super. Ja, am besten finde ich am Bruxan Markt, es spielt viel laute Musik, das wechselt und ja, ich finde die Musik auch am besten und das Essen auf jeden Fall und dass man immer Leute sieht, die man kennt. Als Kind fand ich das so toll, weil wir haben hier in der Nähe gewohnt und alles ist so riesig und groß und leuchtet, die ganzen vielen Lichtern und was man alles in fünf Tagen aufbaut und man lernt hier sehr schnell tolle Leute kennen und ist einfach was ganz Tolles und Besonderes. Ja, mir gefällt das hier so, weil die Atmosphäre schön ist, man hier nicht so viele Straßen hat, es gibt ein paar Straßen, in denen Bäume stehen, schöner Boden ist, dadurch fliegt nicht so viel Müll rum, es fliegt nicht so viel Glas rum, die Fahrgeschäfte sind super und ja. Weil ich hier gerne, weil ich gerne mit den Leuten hier zusammen arbeite, weil hier die Leute alle toll sind und freundlich und weil ich hier schon mein Leben lang herkomme. Es ist Tradition für mich und es ist nah dran und jedes Jahr wieder schön. 가자! ninth war sa sa Vielen Dank.